guten abend leute mir ist gerade was passiert das möchte ich mit euch teilen ich sitze hier bei mir zu hause vor der tür komme nicht rein tür ist zu und ja ich habe hier so ein t-shirt an seht ihr ja marvel steht ganz groß drauf ich bin halt ein superheld ganz normal irgendwie passiert ja klar ich kenne iron man zweiter man wir sind halt irgendwie eine gang kommen wir nicht rein und von hinten ruft noch so ein typ mit langen haaren musiker hat auch bei lizenz mitgemacht so ja übrigens hat er muss er hat atomwaffen und ich so was das erzählst du da ja die rente ist sicher das kann ich alles nicht glauben und corona ist noch nicht zu ende das ist echt krass habe ich gedacht das kann nicht sein also ich meine wie kann sowas passieren und dann hat jemand aufgemacht bei mir also ich nenne sie jetzt einfach mal herr w war aber in wirklichkeit eine frau und das ist einfach krass und ich würde über dieses ereignis gerne weil ich auch ein aktuelles comedyprogramm habe mit leuten drüber reden also ich mache alles zervaques und oppenhövel schee krömer late night berlin von mir ist auch studio schmidt wenn es sein muss ich gehe wirklich überall hin auch fastnacht in franken weil es kann ja nicht so weiter gehen deswegen weil ich mir immer die haare fasse weil ich das hier anhabe really germany und ich bin zeuge jerovas ich weiß was es als kind bedeutet vor türen zu stehen und nicht rein zu kommen denkt da mal echt drüber nach